Wir sind auch in der Finale hier. Belgien, Bahrendrecht, Holland, Belgien, Deutschland, Belgien, Holland mit drei Fahrer hier mit dabei. In dieser achten Femifinale in die Jungs-Kategorie 13 und 14 Jahre. Hier an die Führung geht an Deutschland, Deutschland wieder an die Führung mit Kai Stindl. Stindl hier an die Führung, Platz Nr. 1, dann haben wir die zweite Position, die geht nach Holland. Holland hier mit Max von Eindhoven auf die zweite Position, die zweite Stelle. Dann zwei Mann aus dem Verein, hier mit die Platte Nr. 4, aus Belgien, Brent Jacobs, auch im Finale. Und die nimmt noch eine mit, ein Mitglieder aus dem Team, ein Mitglieder aus dem Team. Die Platte Nr. 7 geht auch mit Björte Paas, Häusepur, Labeschic. In der finalen Reihe in dieser Kategorie.